wie sieht es hier aus mit dem der versorgung jetzt sieht gut aus was wir machen könnten wäre warte mal hier über der zug ist hätte ich gesagt pass auf dann machen wir den zug jetzt hier hin aber die schienen sind in die schienen durch wir könnten natürlich unterirdisch gehen das ist ja natürlich kein problem wir haben das geld das know how wir haben auch noch kein flughafen wir sind doch hier hinten schon im tunnel drin hier dann werde ich da eine schiene unten unterirdisch einlegen und dann hier in das gebiet reinfahren dann machen wir hier obwohl oh gott nee das kann man hier nicht machen immer hier ja die post autos die hier rein fahren unter anderem theoretisch müssten wir gucken dass wir hier eine einbahnstraße machen und hier und fahren die hier rein und hier können die schnell raus aber das mal machen wir machen das mal ist ja ein optimieren ja ja genau jetzt bin ich mal den einbahnstraßen vorbeigehuscht wird natürlich auch die autobahn nehmen so und so ich habe gerade jetzt nicht eine ampel gebildet aber nein kommen die kommen jetzt nicht mehr rein und die wollen jetzt da lang braucht man hier eine größere straße eine einbahnstraße verwirrt der kerl wieder ja nein da war sie nein war sie nicht da war sie das haben wir jetzt nicht wirklich besser hingekriegt kino du fürst moin moin schön dass du da bist ach weil das ist halt keine keine normale straße ok warte warte mach mal anders kino 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 Nein, nach unten. und drehen die stehen jetzt halt hier aber die post lkw könnten jetzt hier unten durch und dann hierhin und da fährt auch der erste post lkw da hinten durch diese straße raus können wir die post lkw ist nämlich hier weg so am kreis ein zweispurige autobahn gebaut ja ich glaube das ist sogar eine vorgegebene oder ach nee das ist eine normale straße genau ich habe den glaube ich hingestellt und dann selber umgebaut oder so mit autobahn ja fahren immer noch hier rum aber die nicht schnell genug sind haben wir da mal eine autobahn draus jetzt macht das nämlich ok jetzt ist das nämlich schneller sage ich mal hoff ich noch mal hier meine asymmetrische straße draus wenn ich dann die richtige auswähle ja da hat sie ja viel getan ich fahre nicht mehr auf die richtige seite ok 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 eine dreispure könnte da abhilfe schaffen zumindest als zufaden mit zwei abfahrten was die stopp schilder an den kreuzungen entfernt ich habe da gar nichts gemacht das geht hier automatisch glaube ich weil ich ja keine mods benutze ganz kurz hier auf die aufdrücken wir machen es so ich habe auch keine mods da okay bei mir läuft es ja auch ohne probleme wenn frontgegend ich nein natürlich nicht nee nee alles gut alles gut alles gut ach das sind die ballon touren wie weit die schon gekommen sind hatte eben erst hingestellt eisluftballon sehr gut viele fühlen sich beim bei mir immer sofort getriggert nö nö alles gut keine ahnung warum am besten die stopp schilder entfernen dann sollte der kreise flüssig laufen ja aber ich hatte ja vorher keine stopp schilder ich hatte ja keine ob das jetzt hier an den stopp schildern jetzt tatsächlich liegt oder nicht das ist jetzt ich finde es die idee jetzt hier besser fahren zumindest sind schon mal die einigen lkws raus alle die post lkws hier durch lutschen sind schon mal weg ein kollektor könnte allerdings auch helfen die verspurige straße mit mittelstreifen eins da v baut immer realistisch darum gehören kilometerlange staus dazu ja kann man so nennen vielleicht ist es auch weil es man kommt auch nur hier raus ne bekommen noch hier rüber in wunderschönen also ich habe den jetzt super gelungen würde ich sagen unseren kreisverkehr und das läuft jetzt hier tatsächlich auch viel besser glaube ich nein okay eine neue aufgabe naturschutzgebiet v-100 stufe 5 erreicht die folgenden gebäude wurden freigeschalt also ein boulder geländer sehr schön und ein naturschutzgebiet museum gebiet museum entschuldigung es dazu gedichtet gut dann gehen wir noch mal rüber das lassen wir jetzt erstmal so laufen das muss ich erst mal einspielen realismus ist alles ist wir haben ja hier nun mal keine demonstranten und so weiter die sich dann dann den ganzen stadtverkehr immer lahmlegen also muss ich das selber dann machen so in unserem naturschutzgebiet also hier mal zum beispiel ja gut da hat man das boulder gelände das würde ich gerne auch so nah wie möglich halt hier an die helsen mit dran stellen die wir hier haben ja und hier oben vielleicht hierhin hierhin da eigentlich es ist zumindest jetzt mit integriert in diesem boulder gelände das glaube war so eine feuerstelle vielleicht geben wir die ein bisschen weiter rüber ja ich glaube wir hätten sie hier auf die ecke stellen können warte mal aber dann ist sie zu weit weg und jetzt hat uns das ding 374.000 dollar gekostet whatever ja okay vielleicht nicht unbedingt wie kostet versetzen 240 ja doch vielleicht hat es doch 374 80.000 gekostet ja haben wir noch irgendwo anders da hätten wir noch aber das dann könnte man es hier hinstellen ja so und dann hat man hier unten noch ach da haben wir schon ja genau da hat man die felsen so zusammengeschoben ja genau da hatte ich ja hier die er hat ja nur so die kante und dann habe ich drei stück hintereinander gesetzt genau super ein bisschen karg hier aber es ist ja jetzt nicht so schlimm ich glaube das war ja hier noch okay dann hier noch ja an die seite vielleicht naja da an die seite geht es nicht aber hier oder ist der mammut baum weg also oh ne ist nicht weg cool okay also nur wenn der fels dann da drauf gewesen wäre aber okay dann ist gut noch keiner da gewesen traurig ich habe gestern wieder eine neue stadt begonnen die einfach hyrule heißt und auf der hyrule es ist oot map läuft okay ich habe da keine ahnung von müsstest du mir erklären was das ist ach so ok 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 vielleicht hab ich das gespielt aber das ist jetzt schon ein bisschen her nein es bleibt bei mir nicht im kopf das ist dann direkt wieder weg Oh man, naja, ich bin halt, ne, ich merke mir sowas einfach nicht. Das ist nicht wichtig irgendwie. Ich weiß, wann ich meine Obstabteilung aufräumen muss, wann Milch abläuft, wie Milch hergestellt wird oder wann Milch überhaupt produziert werden kann. Alles gut. Aber Spiele, das ist halt auch so, wenn, das wäre was anderes, wenn ich halt alles gespielt hätte von Zelda, ne, also, aber so hast du mal, irgendwann mal was gespielt, aber bist da halt dann nicht voll drin. Ich glaube, das war's, ne? Wir hatten diese Boulder, ach nee, das Museum haben wir noch. Ach gut, da können wir ja drei, vier, sieben, acht Stück stellen, glaube ich. Okay, vielleicht nicht so viele. Vielleicht zwei. Stell mal zwei Stück. Ich glaube, das ist okay. Eins hier vorne irgendwo. Das ist relativ nah am Haupteingang. Dann haben wir hier einen Nebenzugang. Hier ist auch relativ viel eigentlich los. Nee. Also, machen wir das hier hin. Dann können wir hier noch rüber laufen und wir hätten... Oh, hier haben wir gar nichts. Hier ist noch der Eingang. Relativ viel los ist an der Stelle. Gut. Mal drei Stück. Oh. Oder vielleicht haben wir auch da... Ah, ein Problem. Okay, weißt du was? Dann machen wir das mal. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein. Unsere Parkinfo. Äh, machen wir mal auf 30 auch. Einnahmen sind 2.405 und Ausgaben 1.446. Jetzt haben wir 10.711 Besucher. Alter Haltung ist bei 3.954. Also, das ist schon okay. Pflege ist auch gut. Mh, ja. Ich glaube, wir haben zwei Pflegegebäude, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Äh, da kann ich deine Map in voller Bracht sehen. Ja, auf jeden Fall. Warte. Warte. Warte, ich jetzt sowieso mal. Dadurch, dass wir jetzt hier auch das, äh, Naturschutzgebiet fertig haben. Aber, was heißt fertig? Theoretisch müssen wir halt nochmal komplett durch und sagen, okay. Wir brauchen halt hier, ähm, wie heißt es? Bäume. Vielleicht noch ein paar, äh, Felsen irgendwo hingestellt. Also, das... Ich hab halt dieses Tool nicht. Das ist halt ein bisschen doof. Der Strandabschnitt ist, äh, echt schön. Ja, dankeschön, dankeschön. Meeresblick heißt der bei uns. Ein ganzer, ganzer Bezirk, der geht bis hier vorne. Einmal komplett rüber. Damals. Große Innenstadt. Und dann hier rüber zum Abschluss sozusagen. Okay. Hier vorne noch, warte. Gehen wir noch hier hin. Dann hast du das auch noch gesehen. Eine Kachel könnten wir uns noch kaufen. Und da könnten wir dann noch was machen. Ist schon nice, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte eben schon mal angesprochen. Hatte ich auch gesehen. Da hat er dann auch in seinem, äh, die Skylines-Überschrift halt Vanilla reingeschrieben. Ohne Mods. 25 Teils. Ja. Äh. Schino The First. Danke für dein Follow. Schön, dass es hier bei uns gefällt. Äh.